Ich hab doch nie jemand gesehen, der vloggt oder was? Ist eigentlich illegal, wenn ich ja alle die Leute filme. Es ist halb vier und ich wurde gebeten, dass ich da was machen soll. Ich hab keine Ahnung wie das geht. Deswegen... ...improvisiert. Das ist einfach mal. Mann, ich hab's ja voll. Hallee! Ja, wir fahren jetzt mit dem Zug, der in zwei Minuten ist. Das ist einfach niemand. Und so, das ähm... ...hat man so an sich, wenn man so um halb fünf fährt. Das Ding, ich bin eigentlich gar nicht müde. Und wie? Ich mein, ich bin ja schon gestern um neun ins Bett. Ja, ich auch. Ungefähr. Ich konnte dann so eine halbe Stunde nicht einschlagen, wenn wir dann... Ja. Hi Leute! Fick dich! Ich will mich nicht mehr, dass ich vlogge. So, wir sind jetzt in Köln. Nach fünf Stunden. Also wir sind jetzt gerade angekommen. Und gehen jetzt rein und treffen dann gleich auf die anderen. Und ja... ...die... Okay! Ich will aufsetzen! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! So, wir stehen jetzt... Oder besser gesagt, wir sitzen vor der EA Bühne in zwei Stunden oder später sogar noch. Uig, Grad-Palle! Hey! Hi! Grad-Palle ist deine Autogrammstunde. Aber wir sind jetzt schon da, weil sonst habe wir eh wohl eh wieder kaum welche mostra. Hi! Mario Kart! Mario... Wir sind hier in 60 und keine Ahnung, mal sehen wir die anderen, also wir haben uns jetzt mit und die anderen nicht in Ordnung schon mal abends zu verloofen. Und wir hier und dann treffen wir uns später wieder beide hin. Abonado! Ja? Ach, ich weiß nicht. Nee, tschau! Okay, tschau! Ich bin auch immer wieder sehr, sehr überwältigt. Ich freue mich mega, dass ihr alle da seid und fühle mich auch, äh, ja, tatsächlich einfach wieder auf. Ich bin auch immer wieder auf. So, wir haben gerade Palud getroffen. Wir haben ihn kennengelernt. Und er hat sich an uns erinnert und es war so krass, gerade auf der Bühne zu stehen, weil voll viele haben uns so erkannt. Es war so, what the fuck? Und ich habe danach geweint, weil ich so voll überfordert war. Es war so alles auf einmal. Ja, das ist sehr gut, ne? Und jetzt haben wir nachher noch unser Versteffen und kaufen uns noch ein bisschen Merch. Jaaa! Check the booty! Check! Caravane! Hallo! Leute, Caravane! Hi! Wir sind auch gerade in der Koma heute. Wir sind immer so hoch. Julia! Doch, ich stehe mich gerade an. Hallo! Oh ja, ihr seid voll im Gegenlicht. Egal, bye! Hi! Leute, jetzt ist die Con vorbei. Für uns jedenfalls. Es ist vorbei! Wir haben uns nun alle wieder umgezogen, weil es viel zu warm war. Und ja, wir sehen uns auf dem Weg zur S-Bahn und fahren nach Hause, hm? Wie fahren? In den Baum. In den Baum. Was willst du denn in den Baum? Keine Ahnung. Okay. Hi Leute! Wir sind jetzt den Tag für uns wieder zurück. Ich weiß, es ist total überflüssig. Habe ich gesehen. Nein! Es ist total überflüssig, dass ich das jetzt hier eigentlich mache. Aber ich habe mein nix zu tun. Ich hoffe, ihr, ähm... Haben wir nicht mit dem anderen was mit dem Mist gesagt? Wir haben auch nach Vorschau-Schisten gesagt. Ja, das kann man ja rausschneiden. Ich bin voll fließend. Ich werde das zu entscheiden können. Charlie. Harry. Schau! Das ist das Lassen. Wir sehen uns irgendwann. Bye! both favored Von Dann Eles Bis zum nächsten Mal.